Wir kommen in diesem sportlich eleganten und dennoch äußerst günstigen Ford Focus Trend. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autors Wismann. Der Motor dieses Focus ist Schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Kfz-Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Abgedunkte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den silbergrauen Alufelgen gibt es noch ein Reserverad Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die bequemen Polster sind beidseitig beheizt und bieten viel Seitenhalt. Bei uns gibt es natürlich Fußmatten dazu. Für Ihre Sicherheit stehen sechs Airbag, ABS und ESP parat. Ebenso Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt stets für gutes Raumklima. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Elegant und komfortabel. Mit diesem Fokus werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, haben Sie zwei Jahre Garantie. Europaweit. Auf Wunsch erweitert aber bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss.